Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Comdex Remote Mic, dem perfekten Begleiter für Ihre Comdex-Lösung. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie das Comdex Remote Mic aufladen, koppeln und benutzen. Das Comdex Remote Mic ist ein Clip-on-Mikrofon, das speziell für das klare Verstehen von Gesprächen in lauten Umgebungen entwickelt wurde. Das Remote Mic hilft Ihnen, Ihre Gesprächspartner besser zu verstehen, indem es deren Sprache über Ihr Comdex direkt zu Ihren Hörsystemen streamt. Das Remote Mic hat eine Streaming-Taste, eine Ein-Aus-Taste, je eine LED-Anzeige oben und seitlich, ein Mikrofon, ein Micro-USB-Port und ein Clip für die einfache Befestigung an der Kleidung. Achten Sie vor der ersten Benutzung des Remote Mic darauf, dass Sie es mit dem beiliegenden USB-Kabel vollständig aufladen. Schließen Sie zum Aufladen des Remote Mic das beiliegende USB-Kabel zwischen dem Gerät und einer beliebigen USB-Spannungsquelle an, wie einer entsprechenden Netzdose, einem Computer oder USB-Anschluss im Auto. Verwenden Sie das beiliegende 20 cm lange USB-Kabel oder ein beliebiges Standard-USB-Kabel mit einem Micro-USB-Anschluss. Die LED zeigt den Ladestatus an. Wenn sie rot leuchtet, lädt das Gerät. Sie können das Remote Mic nicht benutzen, während es lädt. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Gerät nie tragen, während es lädt. Grün zeigt das Ende des Ladevorgangs an. Kopplung des Comdex Remote Mic Schalten Sie Ihr Comdex Remote Mic ein, indem Sie die Ein-Aus-Taste drei Sekunden lang drücken. Es schaltet beim erstmaligen Einschalten in den Kopplungsmodus und verbindet sich automatisch mit Ihrem Comdex. Wenn das Gerät im Kopplungsmodus ist, blinken beide LED-Anzeigen blau-rot. Um das Remote Mic mit Ihrem Comdex zu koppeln, achten Sie darauf, dass die beiden Geräte nicht weiter als ein Meter voneinander entfernt sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Comdex im Kopplungsmodus ist. Eine blau-rot blinkende LED-Anzeige zeigt an, dass es im Kopplungsmodus ist. Weitere Informationen zur Kopplung mit dem Comdex finden Sie in der Comdex-Bedienungsanleitung oder im Comdex-Tutorial Erste Schritte. Nach dem Einschalten und erfolgreichen Koppeln beginnt das Remote Mic mit dem automatischen Streaming und die obere LED leuchtet dauernd grün. Nachdem das Remote Mic mit Ihrem Comdex verbunden wurde, ist es betriebsbereit. Für beste Sprachübertragung platzieren Sie das Remote Mic mit nach oben weisendem Mikrofon am Oberkörper. Wenn Sie das Remote Mic an Ihrem Gesprächspartner anbringen, achten Sie auf eine Position am Hemdkragen einer vorderen Tasche oder einer anderen Stelle, an der der Clip angebracht werden kann. Das Gerät muss sich stets außen befinden, der Clip innen. Zum Start-Stop des Streamings drücken Sie einfach die Streaming-Taste. Sie können auch die Taster in Ihrem Comdex benutzen. Grünes Dauerlicht der oberen LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und streamt. Die Person, die das Remote Mic trägt, muss mit normaler Lautstärke in das Mikrofon sprechen. Für bestmögliche Verbindungsqualität achten Sie darauf, dass sich das Remote Mic innerhalb von 10 Metern 30 Fuß mit direkter ungehinderter Sichtverbindung von Ihrem Comdex befindet. Sie können die Streaming-Lautstärke zwischen dem Remote Mic und Ihrem Comdex in drei Stufen anpassen. Zum Umschalten zwischen den Stufen drücken Sie kurz die Ein-Aus-Taste seitlich am Comdex Remote Mic. Die Lautstärkestufe wird von einem blauen Blink-Signal angezeigt. Um das Remote Mic auszuschalten, drücken Sie drei Sekunden lang die Ein-Aus-Taste. Das Remote Mic schaltet sich automatisch aus, wenn für länger als 30 Minuten kein Streaming zum Comdex erfolgte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können Ihr Comdex Remote Mic nun optimal nutzen.